Und unser Ziel ist halt, rüst uns jetzt hier an der Overworld aus. Wie heißt denn die Welt, wo wir hin müssen? Mordor oder Gollum oder so? Ja, Gollum, genau. Ich weiß nicht. Boah, leck mich. Ich kann nicht einmal das spielen. Hallöchen, ihr Hundfick. Und willkommen zu einer weiteren Folge. Minecraft, die Gefährten. Miene-Kraft. Mit Valui. Miene-Kraft. 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 Wie weit ist das im E-System? Gleiche, wie weit das im E-System ist. Guckst du hier? Gib mir lieber die Quest ab. Ich habe eine Quest fertig. Da gibt es Elomite für. Ja, mache ich gleich. So, als allererstes. Einmal mit den Letzten. Das ist zu wenig. Oh, da gibt es ein Epic Reward für Early. Eine Epic Reward. Das gebe ich zuvor ab. Ich weiß, wie man ihn geködert. Kriegt man da keine Energie? Was ist denn hier los? Saugt die Energy Cell? Ach, bei mir ist er unfähig. Was? Ich habe die Energy Cell jetzt erstmal nur... Ja, die hast du aber auf Redstone Activation gestellt. Deswegen zieht die die ganze Energie und die Maschinen kriegen gar keine Energie mehr. Ja, genau. Die haben im Moment nur, dass sie auflädt. Ja, das ist doch auch nicht gut in der Sache. Wie? Das hat nichts mit Redstone Energy Mode zu tun, du Lappen. Die hat nicht gearbeitet. Ja. Die hat Strom aufgenommen. Ja, aber sie gibt auch keine ab. Nein, im Moment nimmt sie nur. Ja, ja, richtig. Sie nimmt nur und deswegen haben die Maschinen keine Energie mehr gekriegt. Ach, die sollen sich nie so anstellen, ja? Oh, wir haben die haben einen Chess. Das ist vorübergehend ganz okay. Solange Erli Boy keine im E-System ranschafft. Erli, ich brauche irgendwie ganz dringend einen Creeper-Hat. Was ist denn Output? Was ist Input, Baloui? Äh, blaues Output... Und ein blaues Input, oranges Output. Und Gold? Gold macht, was weiß ich. Ne, Rot ist dann wahrscheinlich In- und Output, oder? Ne, In- und Output gibt's nicht. Ja, wo, der muss ja eine Seite Input, eine Output sein, oder was? Was gibt Rot? Die Blau, Orange und Rot. Oder Blau und Gold und Rot. Oder Blau und Gelb und Rot. Das ist jetzt auch so. Ne, das ist falsch. So geht's auch nicht. So geht's. Stehen wir da ab. Wird schon... Mr. Unfähig, er nimmt doch jetzt Strom auf. Das heißt also, du hast es auf Blau gestellt. Du hast es auf Blau gestellt, das heißt, er nimmt nur Energie. Ach, mach doch was willst. Erzähl, wir haben nichts zu lernen. Der gibt aber auch nichts ab. Ja, dann hat er nichts zum Abgeben. Ja, gut. Aber er nimmt auch nichts mehr auf. Ne, richtig. Er soll auf und annehmen. Das geht aber nicht. Da musst du den zwischen... Äh, musst du den halt irgendwo zwischen schalten. Aha. Erst die Treibstoffgeneratoren, dann die Batterie und dann die Geräte, ne? Hä? So macht man das eigentlich. Dekorat. Dekorat nicht müde. Dekorat. Dekorat. Dekorat nicht ein. Dekorat. Ihr seht mal vor, ich schätze im Geschäft. Schieß mich, bitte. So, jetzt machen wir hier die letzten Keystellen. Zip. Nimm dir den? Danke dafür. Nein. Zip, zip. Schade. Okay. Ähm, hörte, ich brauche einen Skeletonskull, wenn du einen Verlust aufsteigst. Falou, du musst mir eben helfen. Mach den Inventar mal halbwegs clear, dass du eben kurz mit mir die Kisten abreißen und neu hinstellen kannst. Das glaube ich nicht. Äh, Öldi, weißt du, was in meinem Epic-Loot drin war? Warte, warte, warte. Ich will meinen auch mal machen. Nein, es war Eisen drin. Eisenrüstung. Boah, geil. Ich habe eine verkackte Eisenrüstung gekriegt. Warum? Wo hast du die dann fertig? Wie fertig? Wo war die Kirsten fertig? Unter Maschinen. Und dann, äh, da. Even better. Even better. Nein, nein, nein. Wohohohohoho. Hallo, guck mal. Guck mal. Was hast du gekriegt? Ja, Mitril bist du gut. Du bist so ein Angeber. Mitril-Zword. Bist du ein scheiß Angeber. Besser als das Ding ist, was ich habe. Scheiß Angeber. Aber ich werde es trotzdem nicht benutzen. Einmal aus Respekt zu wollen. Oh, ich habe einen Malambo bekommen. Cool. Von dem Lord of the Rings-Mod ist das. Das ist alles vom Lord of the Rings-Mod. Moment, ich ziehe die nicht an. Dann ziehe ich die nicht an. Dann behalte ich die. Dann lagern wir die mal hier zwischen. Für, wenn wir da runtergehen. Aber du darfst die doch benutzen. Ja, aber ich will die denn, wenn wir da reingehen irgendwann. Weil wir gehen ja irgendwann. Irgendwann werden wir in die Lord of the Rings... Sag, Mensch, brauchst du alle Mighty Asif? Oder brauchst du das? Naja, du, Might, kannst du in die Kiste hier oben reinschmeißen. Ähm. Weil irgendwann... Das ist ja der Sinn des Projektes. Das checken scheinbar viele nicht. Wir werden eine zweite Staffel haben von The Lord of the Rings-Mod hier von Tolkien Craft. Und der Sinn ist, hinter dem ganzen Mod-Pack, es gibt eine Dimension. Die ist 1 zu 1 von Herr der Ringe. Wie heißt das nochmal? Herr der Ringe. Herr der Ringe? Ja, welchen Herr der Ringe? Lord of the Rings. Ja, wie alle, oder nicht? Nein, ein bestimmtes, einen bestimmten Teil. Ne, doch, ja, klar, von allem. Ist das ein Geduld? Ist halt der Herr der Ringe-Film nachempfunden und original nachgebaut. Und auch hier, wie heißt die eine Dimension oder Welt nochmal, wo wir landen? Herr der Ringe, Welt, Lord of the Rings. Ja, wie heißt es eine nochmal? Mordor, oder wie das heißt. Es ist halt original 1 zu 1 nachgebaut. Hast du denn keine Ahnung, was du da gerade redest? Ich hab's dem Film nie geschaut. Das ist dein Ernst, oder? Ja, so, ich hab's dir geschaut. Vielleicht guck ich's irgendwann nochmal. Ich weiß nicht, aber so ist es eigentlich nicht. Das ist so peinlich. Wieso bist du dann überhaupt in diesem Projekt? Geh weg. Weil ich Bock drauf hab, weil was Neues ist. Und die hat Herr der Ringe noch nicht gesehen. So, halt die Schnauze und hör mal zu jetzt. Und unser Ziel ist halt, rüst uns jetzt hier. Oh, man, der Overworld aus. Wie heißt denn die Welt, wo wir hin müssen? Mordor oder Gollum oder so? Ja, Gollum, genau. Ich weiß nicht. Boah, leck mich. Ich kann nicht ja weiter spielen. Und irgendwann geht's halt darum, dass wir in die Dimension gehen. Oben werden wir uns hier ausrüsten und dann gehen wir irgendwann in die Herr der Ringe Welt und da kämpfen wir dann halt gegen richtig schwere Gegner und Molster und Bossen und was weiß ich nicht alles. So, die zweite Staffel wird einfach noch episch. Das verspreche ich euch. Schas-spreche ich euch. Es geht halt nicht darum, wie in Mark einfach jetzt Maschinen hier und da und rumlaufen und wir rüsten uns aus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut ausgerüstet sind, gute Mineralien, Stoff, Rohstoffe haben und dann können wir da voll reinhauen, wenn wir da sind. So, Baloui, er hat's jetzt in den Metall entleert. Ach, leck mich. Er hat noch nie Herr der Ringe gesehen. Sag Baloui, dass er blöd ist. Du bist so eine Schande. Ich kann grad nicht. Ah, bist du laut. Du bist super laut. Sag ihm, dass er blöd ist. Er lacht mich aus, weil ich noch nicht Herr der Ringe geguckt hab. Hab ich auch nicht geguckt. Ja, aber Erli war jetzt in einem Projekt, wo es nur um Herr der Ringe geht. Ja, und? Dann ist das blöd. Und ich bin wieder weg. Das ist blöd. Wir gucken die zusammen. Ich hab mir das halt nicht aufgehört. Okay, Leute. So, Baloui, helf mir jetzt. Nein, du kannst mich mal. Ich fühl nicht mehr mit dir. Du hast nicht Herr der Ringe geguckt. Geh weg. Vielleicht gucken wir noch irgendwann, aber nicht heute. So, komm mal er jetzt. Baloui, du musst mir helfen mit dem Umsortieren. Ich hab keinen Bock, dass du das jetzt in Sorte die ganze Folge sonst für mich alleine. Ja, mach doch. Ich muss grad was anderes machen. Ich muss die Schmelze ans Laufen bringen. Baloui ist total faul. Nein, ich hab noch keinen Bock auf Umräumen in Kisten. Du wolltest ein ME-System bauen. Jetzt mach endlich. Ich bin ja dabei. Würdest du mir helfen? Dann würde das viel schneller gehen. Hab noch nie Herr der Ringe gesehen. Leck mich. Herzlich willkommen bei Herr der Ringe, die Gefährten. Ein Modpack, was wir spielen, aber wo ich keine Ahnung von habe, weil ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen. So müsste deine Begrüßung lauten. Jeden Tag mal. Oh, hallo Skelett. Könntest du sterben? Ich brauche deinen Kopf. Ne, das war kein Kopf. Wie kann man den Film noch nicht gesehen haben? Boah, Leute. Ich überlege die ganze Zeit, was ihr bei Early Boy mal unterliegt. Ich weiß noch nicht was. So was wie, guck endlich Herr der Ringe nach Mordor oder so, oder wie das heißt. Leck mich. Nein, das geht nicht. Du hast es verkackt. Nein, nein. Ich lache nicht über Early, ich lache mit Early. Ja, ja. Ja, ja, aber Louis. Was willst du denn jetzt machen? Du willst die Kisten umräumen, oder was? Ich habe schon fast sechs Doppelkisten in drei Kisten verstaut. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss Lava sammeln, weil unsere blöde Schmerze keine Lava mehr hat. Wegen dir. Dann bring mal ein bisschen Obsidian mit. Was? Obsidian. 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 Spielt Minecraft aber weiß nicht, was Obsidian ist. Pass bloß auf, Fräulein, was du da gerade von dir gibst. Was heißt hier Fräulein? Ja, Fräulein heißt Fräulein. Da weißt du schon genau, was Fräulein heißt. Aber der hackt bei dir. Schau mal. Ja, ich bringe, wie viel Obsidian willst du denn haben? Genug. Wofür? Ja, wir brauchen das für engen Quests, brauchen wir das. Wir engen Material, was wir brauchen. Ja, das ist kein Erklärung. Wir brauchen generell mal Obsidian. Schlimm mit Baloui. Sagte der, der nicht Herr der Ringe kennt. Thanos Medaillons. Ich meine, abgesehen davon, dass es einfach ein unglaublich epischer Film ist, ja, ist es einfach Grundwissen heutzutage. Ich gucke nicht gerne Filme für mich alleine. Das weiß ich nicht. Finde ich langweilig. Ich gucke lieber Filme mit anderen Leuten zusammen. Hat ja auch keiner gesagt, dass es alleine gucken muss. Es hat sich aber nie ergeben, mit irgendwem Herr der Ringe zu gucken. Okay, Leute. Also ich finde, jedes Mal, solange Early Boy in diesem Projekt ist und das nicht geguckt hat, geht ihr hier unter sein Video und schreibt, guck endlich Herr der Ringe. Leck mich. Nee. Erst wenn du Herr der Ringe geguckt hast. Bö. Oh Mann. Ich meine, es ist einfach ein unglaublich epischer Film und das ist so. Ich will mal, also, vielleicht vertue ich mich ja und es haben weniger Leute geguckt, als ich mir das eigentlich gerade vorstelle. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wer von euch Herr der Ringe schon gesehen hat und wer nicht. Hast du den Hobbit gesehen? Ja, natürlich. Ja, sonst habe ich auch nicht geguckt. Aber der Hobbit finde ich absolut kacke. Das ist überhaupt nichts für mich. Hä? Was? Aber es ist doch fast das Gleiche. Ja, aber ich weiß nicht. War nichts. Ich habe mir den Trailer und Co angeguckt und habe direkt gesagt, nee. Das ist nicht mein Ding. Da magst du generell keine Fantasy-Filme. Ich mag Fantasy-Filme, aber ich weiß nicht. Ich bin so Herr der Ringe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe es nicht geschaut. Aber es hat mich jetzt vom, ich habe ja schon öfter Szenen und Ausschnitte und Co gesehen, aber es hat mich bis jetzt nie gereizt, dass ich gesagt habe, boah, den musst du jetzt unbedingt gucken. Okay, Aldi Boy, wann kommst du das nächste Mal zu mir? Dann machen wir eine Herr der Ringe in Nacht. Oh Gott. Wie viele Filme gibt es davon jetzt nochmal? Acht. Da kann ich nicht, tut mir leid. Alleine, dass du mir das glaubst, zeigt eigentlich, wie unfähig du bist. Ja, ich weiß doch. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, natürlich. Es gibt drei. Ja, das weiß ich ja nicht. Aber die gibt es als Extended Edition, also pro Film so dreieinhalb Stunden. Und dann gucken wir halt neun Stunden Herr der Ringe. Oder zehn. Ja, nein. Doch. Ich habe eine coole Leinwand, also eine coole Wand dafür und einen großen Beamer und so. Das ist schon geil. Ach, du bist aber doof. Nein. Du bist ungebildet. Das fällt schon unter ungebildet. Genau. Okay, es tut mir leid, Leute. Natürlich bist du nicht ungebildet und es ist toll, dass du noch nicht Herr der Ringe geguckt hast. Fühlst du dich jetzt besser? Ja. Habe ich aber nicht so gemeint, Entschuldigung. Ne, also alle, die noch nicht Herr der Ringe geguckt haben, schreibt mal bitte unter mein Video. Ich habe noch nie Herr der Ringe geguckt. Schreibt einfach unten in die Kommentare unter sein Video, war Luis unfähig. Nein, das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Nichts hat das, gar nichts hat das damit zu tun. Hat es alles. Ich brauche unbedingt Skeleten-Hat. Oh, danke für den Bogen. Hörst du mir noch zu? Töte mal ein paar Skelette. Ne, ich habe gerade zu tun. Da ist ein Enderman bei dir in der Nähe. Egal. Egal. Na gut. So, dann haben wir mal neue Lama. Guck mal, wie viel Platz wir jetzt hier haben. Guck mal, wie viel Diamant-Chests wir hier noch frei haben. Keine Zeit, die haben zu tun. Wir haben vier Stück, die befüllt sind. So. Kann ich jetzt endlich... Was wollte ich denn jetzt überhaupt schmelzen? Die bringt mich ganz durcheinander. Was machst du denn hier? Junge. Mein Inventar ist explodiert wegen dir. Ja. Schön, ne? Alter. Wie viele? Wie viele Diamanten hast du hierfür ausgegeben? Du Arsch. Das kostet nur zwei pro Chests. Wir hatten zwei Stacks. Ein Stack habe ich, glaube ich, ein paar Hauen. Und warum sind hier die ganzen Botania-Pflanzen hier oben? Muss ich nicht verstehen, ne? Keine Ahnung. Du bist ja eine Botania-Digge. Ich habe sie da nicht reingepackt. Die waren hier in der Kiste. Die hast du da reingetan. Nein. Nein. Und nochmal nein. Naja. Egal. Oh nein, da liegt noch so viel Zeug rum. Räum dich das sofort weg. Bei drei. Eins. So, äh, dir boy, aber ist schon wieder Zeit. Was? Willst du mich eigentlich flaxen? Was? Du willst Lachsfisch? Was? Ja, hast du ja gesagt. Nee. Nee? Habe ich mich verhört? Ja. Trotzdem muss ich was machen. Los. Muss ich das? Ja. Ich will das mal nicht. Ah, dann war das jetzt die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Wenn das nicht macht. Bis dann. Hauderin. Bis dann. Tudel. Tschüss. Tschüss.